Ich komme zum Schluss, indem ich Ihnen und Euch allen Mut machen will, treu zu sein an dieser Stelle. Leute, es steht viel auf dem Spiel. Es steht viel zu viel auf dem Spiel. Und es kommt nicht auf unsere Intelligenz an. Es kommt bei diesem allen nicht auf unsere persönliche Überlegenheit oder Schlauheit an, sondern es kommt letztlich worauf an? Auf die Treue und die Liebe zu unserem Herrn. Das ist die entscheidende Triebfeder und die entscheidende Ausrüstung, um die Wahrheit der Bibel zu bezeugen und zu verteidigen. Am Ende zählt nur, ob du Jesus lieb hast. So wie jener altgewordene Prediger aus dem Raum Chicago, mit dem ich schließe. Der saß eines Tages in diesem Vortrag, den die Theologische Universität von Chicago einmal im Jahr für die Studenten und Freunde der Universität Chicago durchführte. Sie hatten diesmal den international berühmten Professor Paul Tillich eingeladen. Und Paul Tillich gab sich dort als ein Mann der Bibel zu erkennen. Er sprach fast zwei Stunden über das Thema Auferstehung von mehr als tausend Zuhörern. Und Tillich vertrat mit viel Aufwand die Behauptung, die man bei Worthaus teilweise ganz ähnlich hören und lesen kann. Die Auferstehung Jesu könne nicht unbedingt als ein historisches Ereignis gelten. Sie habe niemals im normalen Sinne stattgefunden. Und man dürfe die Evangelie nicht als historisch zuverlässige Berichte über ein echtes Ereignis verstehen. Und nach dem Vortrag gab es dann die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen. 30 Sekunden Stille. Dann erhob unser älterer Prediger mit schlohweißem Haar und dunkler Hautfarbe sich. Und die anderen Zuhörer blickten erstaunt auf. Was wird der jetzt sagen? Der ältere Mann griff in seine Picknicktasche und holte einen Apfel heraus. Er biss einmal kräftig hinein und sagt, Herr Professor Tillich, wieder ein bisschen. Ich möchte Ihnen eine einfache Frage stellen. Ich habe nicht so viele Bücher wie Sie gelesen. Ich kann das Griechische leider nicht so flüssig übersetzen wie Sie. Wieder ein bisschen vom Apfel. Ich kenne mich auch nicht so gut in der philosophischen Diskussion des 20. Jahrhunderts aus. Mit Heidegger und Nibur. Wieder ein bisschen. Bis der Apfel aufgegessen war. Alles, was ich von Ihnen wissen möchte, Herr Professor Tillich, ist folgendes. War dieser Apfel, den ich gerade gegessen habe, bitter oder süß? Und Tillich stockt da einen Moment und erwidert dann sehr korrekt. Diese Frage, Sir, kann ich Ihnen leider nicht beantworten, weil ich Ihren Apfel nicht gekostet habe. Darauf antwortet der weißhaarige Prediger mit ruhiger, mit fast trauriger Stimme. Und genauso wenig haben Sie meinen Jesus gekostet. Ganz sicher stand er da. Und es wird berichtet, es habe eine lähmende Stille gegeben. Und dann sei lauter Beifall aufgebrannt. Und Professor Tillich soll nur noch ein kurzes Dankeschön gemobelt haben und den Hörsaal dann eiligst verlassen haben. Genauso wenig haben Sie meinen Jesus gekostet. Das heißt, du kennst meinen Jesus nicht. Denn würdest du ihn kennen, könntest niemals behaupten, dass er nicht auferstanden ist. Du würdest ihn lieben und du würdest seinem Wort glauben. Versteht ihr, es kommt nicht darauf an, dass wir brillant sind in dem, was wir können und präsentieren. Sondern es kommt darauf an, was wir zu Jesus gehören. Und in der Bindung an ihn kann all dieser Aufstand gegen sein Wort überwunden werden. Und sei es in einem Hörsaal in Chicago oder Stuttgart. Herr Jesus Christus, danke, dass du allmächtig bist und lebendig. Und dass du uns ein Wort gegeben hast. Und dass du durch dieses Wort uns wirklich begegnest. Dass du uns unterrichtest. Dass du uns informierst. Dass du uns zu dir ziehst. Dass du uns zeigst, wer du bist, wer wir sind. Herr, dass du uns den Weg nach vorn öffnest. Dass du uns Klarheit und Halt gibst. Dass du uns überführst von unserer Schuld. Und dass du einfach mit deiner ganzen Treue hinter deinem Wort stehst und bei uns bist, Herr. Wir danken dir dafür. Und Herr, du weißt, dass wir auch angefochten sind. Und dass wir auch nicht alles durchschauen. Und dass wir sicherlich auch noch manchen Fehler machen, Herr. Aber wir wollen dir treu sein. Herr, wir sehen das ein, dass dieser Anspruch, mit dem dein Wort uns begegnet, dass der absolut berechtigt ist. Und wir wollen es nicht wagen, dagegen zu leben, Herr. Wir wollen dir vertrauen und uns vor dir beugen und dich lieben und ehren in alle Ewigkeit. Amen.